Das Brikett ist ja ein Produkt, was hier schon seit Ewigkeiten, seit Jahrhunderten in dieser Region da war. Ich bin wirklich damit groß geworden, auch zu Hause mit den Briketts. Wir hatten Öfen gehabt, womit wir mit Briketts geheizt haben. Dementsprechend finde ich es wirklich toll, hier zu arbeiten. Also ich mag es wirklich sehr. Es ist natürlich traurig, gar keine Frage. Aber ich denke mal, wir werden da auch irgendwie alle drüber wegkommen müssen. Und es geht dann irgendwie in eine andere Richtung weiter. Wie diese Maschine, die jahrzehntelang ihren Dienst getan hat und gearbeitet hat, wie die ihre letzten aktiven Drehungen macht und danach stillsteht. Das hat mich echt berührt. Ach, ich bin saut. Ich bin saut. Ich bin ich saut.